Das ist doch nicht unser Fahrzeug, oder? Okay, da kommt ein Blaster, das ist aber glaube ich nicht bis zu mir schaffen, da fänden die Teammates davon zu mir. Okay, wie viele steigen da jetzt aus? War da echt nur einer drin? Ambutch auf der Hauptbahnhof. Scheint tatsächlich so. Okay, stop being childish man, fuck off man. Fuck off man! Auf jeden Fall sehr viele Gegner in der Zone. Wo sind die denn? Da aber. Die haben wohl durchgefahren, draußen rum. Okay. 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 Das war wohl gar nix. Sehr viele tote Teammates. Leute, er kommt zur Tauer. Take care. Okay. Das wird mir nicht viel bringen, da hinzugucken. Binoculars. Oh, der ist weit weg. Oh, der ist weit weg ohne Scope, das ist und Wackelvision. Ah, das knicken. Aber den kann ich kriegen. Okay. Genau. Sei vorsichtig. Es gab eine Anbuss hier. Also, ich muss noch da sein. Er ist tot. Wir werden auf jeden Fall noch mehr sein. Ich werde mich auf jeden Fall mal hier rüber bewegen und gucken, was hier noch so abgeht. Scheiße. Hast du überhaupt mitgekriegt, dass ich auf den geschossen hab? Wahrscheinlich nicht, wa? Doch, der liegt da doch. Ach so, der ist schon tot. Ach so, der ist schon tot. Fall mal ganz nice. Blech! Nein, oh, ich hatte ein Ruckler drin, schade. Ich habe ein Ruckler drin, schade, 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 schade. Oder habe ich den eben auch gekillt? Ich habe wieder sehr viele Gegner in der Zone, hier links von mir sterben alle, gucken wir da mal vorbei. Oh, mein Magazin ist leer. Oh, mein Gott, wieso war mein Magazin denn schon leer? Hä? Habe ich leer? Einfach zu wenig Munition. Ja, geil, jetzt habe ich keine Waffe. Cool. Man, I get it, bitch. You're still a bitch. What's wrong? Oh, you guys are so pathetic. I mean, I get it, your penis is very small. I understand that. One day, Anders, man. I can't watch the sunset. Come on, keep doing it, keep doing it, so I can keep recording you. What's wrong? Fucking stupid pair of fucking immigrant rejects. What's wrong? Did you call us immigrants? Are you like, some kind of me and off to? How did you miss from there? Fucking stupid retard. I understand you. Are you some kind of me or not? Your parents never love you. Are you some kind of me or not? Are you some kind of me or not? Oh, D&D. Yes, yes. Fuck it. Oh, wait, you are. We have established that you're an... Are you a fuckwit? Because you are. Fuck up, get the fuckwit. Because you are. Yeah. What's wrong? So, you're saying... So, we've established that may switch... Hold on with your mouth. So. Oh my god, big deal. So what? Are you kidding me? I think, I think that only idiots are like... That only idiots accept... No, I want to mute them. Good luck with terrorism, fucking idiots. Oh, the way in the middle is running. Hello? Can I not move my mouse? Oh shit, that's risk. I saw one right there. 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 Oh. Oh, I saw one right there. Alter, da sind mehrere. Lief da gerade einer ins Haus? Das ist hier irgendwie nicht so ganz so safe. Mon 8. Das ist hier. Tja, tja, tja. Teammates noch im Spawn Campen ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Komm hier Mann, komm hier! Komm, komm! Komm hier mein Freund! Warum das? Ah, der hat natürlich mit Third-Person übern Zaun geguckt und ist dann aufgestanden. Oh, ich hasse Third-Person-Server! Meine Fresse! So low einfach nur! Äh... WTF? Hey, wie gesagt, der Gegner ist nicht gecheckt, dass wir hier ausgestiegen sind. Mal eben kurz ein bisschen verstecken und checken, wo ich jetzt genau stehe. Da... Okay, die Gegner werden hier in dem Bereich sich wahrscheinlich aufhalten und uns da abcampen. Das heißt, ich bin quasi schon hinter den Gegnern. Hallo, Teammate! Ah, stuck in the Baum! Ich muss jetzt erstmal oben ins Gebiet reinlatschen und dann mal gucken, wo sich die Gegner da genau aufhalten. Dann... Wahrscheinlich jetzt rechts von mir irgendwo... Mal gucken. Wird auf jeden Fall schon irgendein Kettenfahrzeug. Ich... Ich... So, wo stehe ich jetzt? Duh... Duh... Da oben in den Turm wird garantiert einer sitzen. Der guckt in Third-Person. Hundertprozentig. Na, da oben sieht man ihn auch. Ah, Third-Person schockt doch nicht. So, bei den Headshot... Da lief noch irgendwo einer. Hat der Glitch da durch. Ah, da läuft noch einer hoch. Ah, die werden die da oben wahrscheinlich gleich reviven. Mal gucken wie kommen. Mal gucken, wie wünsche ich es. Ich riskiere es mal. Ich will da vorne mal in den Turm reinrennen. Werden auf jeden Fall noch zwei Lebende drin sein. Wenn sie die beiden jetzt wie weift haben, sind da sogar acht drin. Ach, wow. Vier. Okay. Na gut, man hört sich klar und da entlaufen. Hab ich? LOL! Was? Hat der überall durchgeschossen oder was? Das ist ja lächerlich.